Wir, Junge die Bäckerei, nehmen teil am Mehrwegbecherpfand-System von Faircup. Und so funktioniert's. Einfach dein Wunschgetränk bestellen, das Getränk bezahlen, plus 1 Euro Pfand für den Becher und nochmal 50 Cent Pfand für den Deckel. Jetzt kannst du mit gutem Gewissen dein Getränk genießen und bringst anschließend den leeren Becher in eines der teilnehmenden Geschäfte zurück und bekommst vor Ort deinen Pfand zurück. Mehr dazu erfährst du auf jb.de slash faircup